Emma Schweiger sorgt zu Hause für den Umweltschutz. Die 16-Jährige lebt sehr umweltbewusst und das nicht nur, weil sie sich vegan ernährt. Darüber hinaus setzt sich die Schauspielerin auch für Aufklärung ein. Und zwar in allererster Linie zu Hause, wie ihr Papa Til Schweiger jetzt verraten hat. Bei den Green Awards in Berlin erklärte er der Gala, Die Emma, die zwingt mich immer, mir Filme anzugucken über Massentierhaltung, über Milchgewinnung. Also ganz furchtbar, was wir den Tieren antun, was wir den Kühen antun. Das ist unfassbar brutal. Oder mit den Küken, die dann geschreddert werden. Ich will das dann nie sehen, aber sie zwingt mich dann. Aber die filmischen Lehrstunden von Tills Tochter zeigen Wirkung. Denn wie der Honig im Kopfstar weiter verriet, versucht die ganze Familie inzwischen weitestgehend auf Plastik zu verzichten. Egal ob Plastiktüten oder Plastikflaschen. Einzig das Fliegen von A nach B können die Schweigers nur schwer einschränken. Denn immerhin ist die Familie auf Deutschland und die USA aufgeteilt. Zudem gibt es ein Haus auf Mallorca und natürlich arbeiten Till und seine Kinder als Schauspieler und müssen stets schnell überall hinkommen. Aber immerhin die ersten Schritte sind getan. Und alles dank der jungen, aber sehr umweltbewussten Emma. Respekt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Medielabend.